was läuft was läuft meine freunde wie läuft es bei euch ich gebe euch heute ein kleines ja ja brudy was läuft was läuft sieht richtig die lunas haul die wollte ich eigentlich schon lange aufgenommen haben aber das perfekte zeitpunkt weil die ee gebackt ist oh shit ich habe mich fast blamiert aber nur fast ich wollte eigentlich für euch heute mieses rate video hochladen nein das ist das falsche nein der hat einfach eine scheiß shotgun ich wollte für euch ein mieses rate video hochgeladen haben aber den one shot body shot habt ihr gesehen ich habe bauer video am start leider reicht die zeit nicht aus ich habe es ein bisschen dumm geplant irgendwie entschuldige mich dafür auf jeden fall heute geht ich hab's ich hab's aufgegeben ich hab's einfach aufgegeben heute um sechs uhr jetzt wenn ihr das video wie du wahrscheinlich seht ist der live stream laufen ich habe es ein bisschen dumm geplant auch meine zeitplanung generell muss noch ein paar sachen zu hause erledigen deswegen kriegt ja nur so ein notfall video und kein rate video am montag kommt ein mieses rate video über den die tiefsteinkryptor das wird legendär vertraut mir ist mir aufgefallen dass ich über die tiefsteinkryptor nur zwei videos gemacht habe aber meine meinung aber irgendwas random mäßiges über attrax das video wird so aufgebaut sein wie das last video was ich hochgeladen habe also könnt ihr davon ausgehen dass es lustig wird ich wollte jetzt aber nicht auf krampf das video einfach hochladen oder jetzt anfangen zu schneiden gefühlt eine halbe stunde vorher drecksack der wind klaut mir immer meine schön spots digger wenn ich gerade kurz im limelight bin was ihr versteht was ich meine also zusammenzufassen ich wollte eigentlich eine ich wollte eigentlich für euch heute schon das radio hochladen aber wie gesagt war irgendwie dumm geplant also seid gespannt am montag wird das video heftig wird es wie gesagt genauso aufgebaut sein wie das ruhig video da ich euch nicht jetzt so ein video kommen lassen wollte oder umkommen lassen wollte what the fuck kriegt ihr einfach eine kleine mini aufnahme und eine kleine mini video eine kleine mini versteht ihr oh shit ich liebe diese sniper mann alter grad triggert mich dieses spiel so sehr und ihr wisst gar nicht wie sehr ich mich bemühen muss um nicht auszuflippen egal wieso bist du nicht gestorben ich kann es nicht fassen captain fappen junge drauf geschissen hat erstmal andere spiel das blamierst du dich noch die waffe ist auf jeden fall gebackt deswegen benutze ich sie ich möchte euch dem potenzial dieser dieses schöne stück zeigen aber mit meinem nicht vorhandenen können wird das sehr schwierig hierher seht ihr was meine auch mann wo ist mein team ich liebe diese dinge keine chance brudi nein ich kann es nicht fassen ich kann es nicht fassen ich hänge an der ecke nein ich hänge an dem gegner noch schlimmer digger was ein abtürn ich kann es nicht glauben ich verarscht da hinten du den junge stelle vor du schießt auf einen der geht weg und der dritte form klatscht ich nein ich habe wenn ich wieder eine ecke nein 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 digger was ist hier diese scheiße lof man man was willst du von mir oh der ist tot he 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 boy ne nein nein ach man ach nein stupid nein 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 keine muni mehr wie mies uff ich habe mich fast blamiert jawoll komm noch einer komm bitte what the fuck what the fuck ist mit dir junge grosila abi ist am start glaub ich hallo hallo ist da noch einer was geht brudis nein 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 ach man bruder normal haue ich sie raus aber ich brauche was zusätzliches mein freund oh stellt euch das mal vor junge wenn er den quickscope aus der unterwelt bekommen hätte brudi das ist schon erledigt vertrau mir grosila ist ein workaholic auch wenn er gerade nicht die zeit seiner jugend hat ach shit ich wollte auf frostbolt machen aber ich habe eher auf grosila gemacht und wurde getötet unangenehm bis 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 bisé bis 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 zum nächsten Mal.